Ja, wenn derzeit gar nicht scheißen geht sogar, dann ist es einmal fertig. Oh, die schauen gar nicht aus wie Kreaturen oder so. Ah, nicht schlecht. Und unser Ziel wird auch angezeigt. Ne, 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 ne. Oh, ist sowieso so gut. Na, moin. Oh, das ist nie geil. Ich glaube, man kann ja auch nicht überall jetzt hier gehen. Wow, das schaut schon mal viel kleiner aus der Karte. Was sind sie? Oder kann ich hier eigentlich überall gehen? Na, dass da dann plötzlich das so bricht und so. Ich glaube, manche ist ein ganz ähnliches. Oh, das gelbe ist nice. Ah, da kommen wir jetzt auch mal neue Gegner. Perfekt. Ich glaube, die wollen wir nicht alle mal machen. Ein kleiner Ausflug. Oh, Massaker. Aha, bekomme Fracht. Da gibt es jetzt einen Primär-Szellan. Ich glaube, dann stütze ich mich doch lieber auf das andere. Das ist eine gute Frage. Wo eigentlich der Rand ist? Könnte man sagen, ab wann ist Stopp? Besser gesagt. Okay, Fracht, so wie die jetzt schützen oder wie oder was? Okay, zwei Wählen muss ich durchhalten. Alles klar. Ich nur zwei Wählen. Alles klar. Ne, 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 ne. Braucht es nicht, der Mann probieren? Der Mann probieren. Der Mann probieren braucht es. Die Kleider sind geil. Allein wenn ich schon zu denen so hingehe und ich mach sie schon gesagt, easy peasy. Oh, versteck das die Höchste hinter der Wand. Nur moi. Die machen Geräusche, geil. Na warte mal den hier gleich. Ah, die neue Tagung muss man gleich mal ausprobieren. Ah. Welle abgeschlossen, ich glaube wir können weiter. Ah. Okay, passt. Next. Hui. Okay, ich habe mir jetzt gerade ein bisschen mehr von der Attacke erwartet. Merkt man glaube ich aber auch. Hm. Hm. Oh, wie süß wenn ich nicht mehr da herkommen könnte. Einmal weg von denen ist ein Drextall da gehen. Weg, 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 weg. Das ist doch gut. Das ist doch gut. so na warte da wo ich natürlich gerne Unterstützung von meinem Ding da aber so schauen wir dass wir das fertig machen das schaffen wir nicht mehr schießt was machten der Eier das schießt auf 100 weil die Kürze als Arzt endlich mal Herausforderung hier Na, Alter, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Komm zu hier. So, mein Gott. Oh, fuck. Wieso kommen die nicht? Schade. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wollen wir einfach nicht daherkommen? Bitteschön. Sonst wird nächstes abgelöst. So, jetzt müssen wir nur irgendwas für die Heilung machen. Oh, okay, passt schon. Tut schon, ist uns rüber. Okay, ja, in dem Fall, da müssen wir definitiv stärker sein. Stärker werden, wenn wir da 100% haben wollen oder so. Oder vielleicht war das ja auch nur so eine optionale, was zu entscheiden konnte, ob es gleich zu deiner Hauptmission gehst oder so nebenbei. Oh, geil, wie das so knackst. Hi. So weird. Oh, das ist einer von Erna, einer super. Aha, da hab ich anscheinend eine spezielle Rüstung jetzt von Erna. Geballt. Ja, Leben. Ich glaube, sind die klein. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ueliebs, Indi. Der schaut für mich da wieder wie ein größerer Dungeon aus. Der ist geil. Und geschafft. Schauen wir mal, wie weit Filter eigentlich sogar gehen könnten. Okay, ja, jetzt merkt man, wo der Rand ist. Definitiv. Da haben sie sich so ein bisschen sehr einfach gemerkt. Oh mein Gott, geil. Könnten jetzt eigentlich quasi alles aufdecken. Bin gespannt. Weiß nicht, ob das dann wirklich so viel Sinn ergibt. Also quasi, dass so viel... Ob sich das was nützt. Ehrlich gesagt. Jetzt ist er steppert an, aber... In dem Fall, wir könnten halt hin und wieder was finden. Das wäre gut. Und halt natürlich Sachen aufdecken. Ist auch nice. So ein bisschen so schauen, wie groß das ist. Aha, da haben wir alles, da haben wir alles. Na, schauen. Ja. Und bitteschön. So, da, angreifen. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, ich bin relativ schwach. So, die machen wir da auch noch fertig. Weiß nicht. Weiß nicht. Die kleinen Outzwickten, oder? Die so schnell sind. Äh, so definitiv die kleinen Outzwickten. Haha, laufen gleich weg, oder was? Oh, der Scheiße. Also, man merkt schon, das ist eigentlich... Ich... Eine ganz nette Meme. Eine... Ich nehme mal an, die werden alle diese gleiche Größe haben. Hm. Ich habe so das Gefühl, die haben alle die gleiche Größe dann. Es ist recht, wenn es dann eine Person wählt ist, also... Wann mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, wie groß das wirklich ist. Ich frag mich eigentlich, ob andere Spieler das auch alles machen. Also, dass sie das quasi so komplett anschauen wollen. Wow! Also, wenn das da noch ganz lange weitergeht... Boom. Okay, da ist jetzt mal das Ende. Da hattest du schon eine gewisse Größe. Das muss man dann schon sagen. Nein, das ist vergleichbar mit meinem Pimpfi, aber... Eine gewisse Größe ist vorhanden. Die müssen unbedingt fertig machen. Ne, nicht fliehen, nicht fliehen. Aber man merkt schon so... Okay, da sind jetzt nicht quasi diese Dinger, wo es dort quasi... und was finden könnt. Das letzte ist halt einfach nur das Wasser. Wir machen sie eigentlich einfach nur fertig. Nicht, dass wir vielleicht zufällig mal auf einem friedlichen Planeten sind. Nein, wir müssen ihn über töten. Egal wo, wir müssen ihn immer noch töten. Aber so spürst du schon Depporten, so mit einer Wähler und so, wenn du... Wenn du nur die Mission aus, bist du schnell durch. Also, das ist sowieso mal klar. Sonst... Ah, dann hätte ich mir aber auch ein bisschen mehr erwartet. Das man hier ein bisschen mehr Zeit verräufigt. Aber hey, ein Starr! Na, das ist ein... Das ist ein... Ein Starr ist geil. Ein Starr ist geil. Ha, was ist denn da drunter? Puh... Ich würde sagen, sogar Banzer oder sonstiges. Hihihi... Also, schaut eher so... So... Ecke vor einer Basis oder so aus. Das hat für mich so Queer gehabt oder so. Hm. Was besonders ist von euch. Da, getöteter Feinder. Order, Normal, Champion, Elite. Okay, vielleicht hat das ja dann auch was mit dem Endeffekt zu tun. Dann, wie viele Punkte wir dann am Schluss kriegen. Ja, voll, ich muss ja auch noch das andere City ja auch mal ausprobieren. Tüte sagen, 50 Feine mit Feinkampf auf dem Mittler. Alles klar. A fact, 2, 3, 2, 1. Leute, ich würde sagen, auf drei, bis zum nächsten Mal und ciao. 1